Heute unterhalten wir uns über einen Azure Key Vault. Und zwar explizit unterhalten wir uns über eine Access Policy und Role-Based Access Control, abgekürzt RBAC. Ich habe die Erfahrung gemacht, dass Role-Based Access Control und Access Policies bei einem Azure Key Vault oftmals etwas verwechselt wird. Und genau darum möchte ich in diesem Video Klarheit schaffen. Zuerst einmal erstellen wir einen Key Vault. Bevor ich aber mit der Bereitstellung beginne, schauen wir uns zuerst einmal an, mit welchem Konto ich hier in dieser Azure Desktop App angemeldet bin. Und zwar mit dem Konto tom.tomwechsler.ch Und ich habe einen Browser vorbereitet und beim Browser bin ich angemeldet als jameswest.tomwechsler.ch Damit wir also mit zwei unterschiedlichen Konten arbeiten können. Nun erstellen wir einen Key Vault. Wir können direkt auf die Schaltfläche Key Vaults klicken. Oder wenn diese Schaltfläche bei Ihnen nicht zur Verfügung steht, navigieren Sie zum Suchfeld, geben ein Key. Dann wird Ihnen Key Vaults vorgeschlagen. Oder vielleicht haben Sie die Key Vaults bei den Favoriten hinzugefügt. Ich denke, dieser Weg, wie Sie die Key Vaults aufrufen können, das sollte soweit klar sein. Es gibt bereits einen Key Vault mit dem Namen TW KV77. Wir erstellen einen neuen Key Vault. Über die Schaltfläche Add beginnen wir mit der Bereitstellung. Zuerst einmal die grundlegenden Informationen. Die Subscription, MSDN Platforms. Dann möchte ich da eine neue Ressourcengruppe anlegen mit dem Namen TW-RG-2020. Und ich wähle OK. Dann der Name vom Key Vault ist TW. Dann KV für Key Vault. Und dann 2020. Mal schauen, ob dieser Name eindeutig ist. Der Name ist eindeutig. Das sehen wir hier an der grünen Checkmark. Der Name von Key Vault muss über das gesamte Azure-Portal hinweg eindeutig sein. Dann die Location. In meinem Fall West-Europe. Pricing-Tier können wir auswählen zwischen Standard und Premium. Wenn Sie da mit einem Hardware-Modul arbeiten möchten, HSM, dann müssen Sie Premium auswählen. In unserem Fall reicht Standard. Dann die Option, ob wir die Funktion Soft-Delete ein- oder rausschalten möchten. Standardmässig ist diese Funktion eingeschaltet. Und das belasse ich so, wie es ist. Dann müssen wir noch die Retention Days bestimmen. Das sind 90 Tage. Das ist ebenfalls in Ordnung. Und die Purge Protection Option belasse ich ebenfalls beim Standard. Es geht weiter zur Access Policy. Jetzt kommen wir schon zu einem ganz bestimmten Punkt. Ich werde die Advanced-Einstellungen, diese drei Einstellungen hier, die werden wir später noch thematisieren. Aber wir sehen, es wird eine Access Policy erstellt und zwar für den Tom-Wechsler. Weil der Tom-Wechsler erstellt ja jetzt diesen Key Vault. Welche Berechtigungen werden denn gesetzt? Bei den Keys werden diese Berechtigungen gesetzt. Beispielsweise Get, List, Update etc. Dann bei Secret werden diese Berechtigungen gesetzt. Und bei Certificate Permission werden weitere Berechtigungen gesetzt. Wie beispielsweise Managed Context, Get Certificate Authorities. Etwas mehr Berechtigungen als bei Secret und bei den Keys. Aber das ist soweit in Ordnung. Wir sehen, für den Tom-Wechsler wird eine Access Policy erstellt. Es geht weiter zu Networking. Möchten wir den Zugriff einschränken auf unseren Key Vault, dann können wir hier eine entsprechende Option auswählen. Wir können mit einem Public Endpoint arbeiten. Wir können mit einem Private Endpoint arbeiten. Ich belasse es beim Standard. Dann können wir Tags hinzufügen. Ich möchte da ein Tag hinzufügen mit dem Namen Projekt. Und der Wert ist Cloud 2020. Es geht weiter zu Review and Create. Und dann, wenn die Validierung abgeschlossen ist, wählen wir Create. Und nun wird die Bereitstellung gestartet. Das dauert ein paar Sekunden, bis dieser Key Vault bereitgestellt ist. Anschliessend können wir direkt mit der Untersuchung beginnen. Das ist ja das Ziel von diesem Video. Die Bereitstellung ist abgeschlossen. Ich klicke auf die Schaltfläche Go to Resource. Jetzt befinden wir uns in den Details von unserem neuen Key Vault mit dem Namen TW KV2020. Zuerst einmal die Übersicht. Das ist soweit in Ordnung. Dann navigiere ich zu Access Control. Jetzt wird es spannend. Ich möchte wissen, welche Benutzer haben die Möglichkeit, mit diesem Key Vault zu arbeiten. Dazu wählen wir folgendes aus. View Role Assignments. Wir könnten auch den Zugriff überprüfen über die Funktion Check Access. Aber ich navigiere direkt zu View Role Assignments. Ich wähle View aus. Und jetzt navigiere ich ein wenig nach unten. Und ich sehe da einige Apps, die eine Berechtigung erhalten haben. Und zwar durch die Vererbungsfunktion. Weil diese App hat eine Berechtigung bei der Subscription. Darum wurde diese Berechtigung geerbt. Das sehen wir hier. Inherited. Das ist soweit in Ordnung. Aber mich interessiert spezifisch ein Benutzer. Und zwar haben wir hier den James West. Der James West hat bei der Subscription das Recht Owner. Also er ist Besitzer. Genauso wie der Tom Wechsler. Ist ebenfalls ein Besitzer. Wir sehen also, dass der James West das Recht Besitzer hat bei der Subscription. Und das wurde beim Key Vault, bei diesem Key Vault hier ebenfalls angewendet. Durch die Vererbungsfunktion. Also, das ist einmal eine erste Erkenntnis. Jetzt geht es weiter. Wir navigieren zu den Keys. Wir erstellen einen ganz einfachen Key. Als Beispiel. Ich wähle Generate slash Import. Wir erstellen einen Key. Mit dem Namen beispielsweise Disk Key. Dann der Key Type ist RSA. Die Size ist 2048. Wir setzen kein Aktivierungsdatum und auch kein Ablaufdatum. Und dieser Key soll verfügbar sein. Ich wähle Create. Nun haben wir einen Key erstellt. Wir können noch ein Secret erstellen. Auch als Demo. Ich wähle Generate slash Import. Ich wähle die Upload Option Manual aus. Dann der Name ist ganz einfach wieder, sagen wir mal, Secret. Secret 01. Jetzt ist mir da kein besserer Name in den Sinn gekommen. Und jetzt der Value. Den geben wir hier an. Und dann können wir noch den Content Type bestimmen. Wiederum ein Start- und Ablaufdatum setzen, wenn wir das möchten. Aber ich belasse es so, wie es ist. Und ich wähle Create. Gut. Jetzt haben wir beispielhaft ein Secret erstellt und wir haben einen Key erstellt. Gut. Soweit in Ordnung. Wir wissen jetzt also, dass der Tom Wechsler und der James West haben das Besitzrecht für diesen Key Vault. Das wurde vererbt über die Subscription. Okay. Jetzt navigieren wir einmal als einen ersten Schritt wieder zum Browser zurück. Wir sind hier angemeldet als James West. Der James West, das haben wir gesehen. hat das Besitzrecht für den Key Vault. Ich navigiere zu den Key Vaults. Und jetzt wähle ich den Key Vault aus, den wir bereits erstellt haben. Und zwar TWKV2020. Der James West kann diesen Key Vault aufrufen. Absolut keine grosse Sache. Wir navigieren zu Access Control IAM. Wir schauen uns da um. View Rule Assignments. Da sind wieder einige Apps aufgelistet. Aber ganz wichtig, wir sehen hier den James West. Als Owner wurde vererbt durch die Subscription. Genauso wie beim Tom Wechsler. Aber jetzt kommt die grosse Aha-Frage. Kann der James West nun die Keys und die Secrets anschauen? Was denken Sie? Wenn Sie jetzt Nein sagen, dann haben Sie 100 Punkte. Ich wähle hier Keys aus. Und was erhalten wir? Wir erhalten eine Meldung. The operation list is not enabled in the Key Vaults' access policy. Hm, okay. Und wie sieht es dann bei den Secrets aus? Die gleiche Meldung. Der James West hat zwar das Besitzrecht, wie bereits schon gesehen, vererbt durch die Subscription auf diesen Key Vault TV KV 2020. Aber es gibt keine Access Policy für den James West. Also navigieren wir zurück in die Azure Desktop App. Und jetzt kommen wir zu einem nächsten interessanten Teil. Wir navigieren zu den Access Policies. Wir haben hier eine Access Policy für den Tom Wechsler. Aber keine Access Policy für den James West. Wir können nun folgendes sagen. Mit Role-Based Access Control können wir beispielsweise bestimmen, wer den Key Vault, beispielsweise die Übersicht, die Overview aufrufen kann. Mit einer Access Policy können wir bestimmen, wer mit Keys, Secrets oder Certificates arbeiten kann. Das wird oftmals verwechselt. Sie können mit Role-Based Access Control nicht kontrollieren, wer mit Keys, Secrets oder Certificates arbeiten kann. Das können Sie nur mit einer Access Policy bestimmen. Und jetzt haben wir hier noch weitere Funktionen. Wir können beispielsweise einschalten, dass dieser Key Vault zur Verfügung steht für Azure Virtual Machine Deployments. Wir können diesen Key Vault dazu einsetzen, dass mit Azure Resource Manager Template Deployments gearbeitet werden kann. Und wir können diesen Key Vault dazu einsetzen, dass er für Azure Disk Encryption, für Volume Encryptions, ebenfalls eingesetzt werden kann. Drei zusätzliche Optionen. Und ich wähle Save aus, damit diese Einstellung übernommen wird. Und Sie sehen, das wurde bereits aktualisiert. Gut. Wenn Sie jetzt also, oder wenn ich jetzt also, dem James West Zugriff geben möchte, beispielsweise auf die Keys, braucht es eine neue Access Policy. Ich wähle nun Add Access Policy aus, damit eine neue Access Policy erstellt werden kann. Wir können beispielsweise diese Access Policy aufbauen, auf Basis einer Vorlage. Key, Secret und Certificate Management. Oder nur Key und Secret Management etc. Ich wähle einmal Key Management aus. Und jetzt sehen wir, es sind neun Berechtigungen konfiguriert. Ich möchte jetzt aber nicht neun Berechtigungen, sondern ich möchte zwei Berechtigungen. Get und List. Oder wir können es sogar noch etwas mehr einschränken. Nur List. Das war die Meldung, die wir vorher gesehen haben, dass das Recht List nicht vorhanden ist. Aber ich verwende jetzt einmal zwei Rechte. Get und List. Das sind keine hohe Berechtigungen. Nur Get und List. Also Abfragen und Auflisten. Jetzt müssen wir ein Principle auswählen. Ich wähle hier Non Selected aus, damit wir ein Principle auswählen können. Und jetzt suche ich den James West. Der James West ist hier. Und ich wähle Select. Und jetzt haben wir ein Principle ausgewählt. Und nun könnten wir auch noch eine App auswählen. Eine Authorized Application. Das brauche ich jetzt aber nicht. Es geht in diesem Fall nur um das Konto James West. Und ich wähle Add aus. Und jetzt wird diese Access Policy erstellt und ist bereits hinzugefügt worden. Wir sehen hier den James West mit den zwei Berechtigungen, die wir gesetzt haben bei den Key Permissions. Secret Permissions gibt es keine. Certificate Permissions gibt es ebenfalls keine. Das heisst, wir navigieren zurück zum Browser. Und wir wählen da einen Refresh aus bei den Keys. Wir versuchen das mal. Und wir sehen, das funktioniert nicht. Das heisst, ich werde mich jetzt schnell abmelden und wieder anmelden, damit ein neues Access Token erstellt werden kann. So, das ist soweit in Ordnung. Das Kennwort wieder anmelden. Und dann schauen wir, ob wir Zugriff haben auf die Keys. Wir navigieren zum Key Vault TW KV 2020. Wir navigieren ein wenig nach unten zu den Keys. Und wir können noch nicht zugreifen. Ich versuche da nochmals mit einem Refresh. Ich werde jetzt einfach etwas geduldig sein. Ein, zwei Minuten warten, bis wir dann die Keys anschauen können. In der Zwischenzeit habe ich das Ganze nochmals überprüft und ich habe etwas vergessen. Und ich bin wirklich froh, dass ich das vergessen habe. Wir haben die Access Policy hinzugefügt, aber ich habe vergessen, auf die Schaltfläche Save zu klicken. Das passiert mir doch laufend. So etwas Ärgerliches. Also vergessen Sie das bitte nicht. Wenn Sie eine neue Access Policy hinzugefügt haben, dann vergessen Sie nicht, auf Save zu klicken, damit diese Einstellung auch übernommen wird. So etwas Ärgerliches. Gut, gehen wir zurück zu unserem Browser, wiederum zu unserem Key Vault. Ich wähle Refresh aus und jetzt sehen Sie, bingo, wir sehen nun die Keys. Also ganz wichtig, wenn Sie eine neue Access Policy hinzugefügt haben, vergessen Sie nicht, auf die Schaltfläche Save zu klicken. Und jetzt kennen Sie den Unterschied zwischen Role-Based Access Control und einer Access Policy bei einem Azure Key Vault. und dann Sie sehen Sie, die Schaltfläche Und dann können Sie die Schaltfläche mit einem das Spezialillah Vielen Dank.